Sorry. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Drei Bücher, die... Und heute geht es um die Bücher, die den Hype nicht wert waren. Und gleich vorweg, fühlt euch... Dass man das immer noch sagen muss, ist schlimm, aber fühlt euch bitte nicht angegriffen, wenn ihr diese Bücher geliebt habt. Denn der Hype war ja nicht umsonst da. Viele, viele mögen diese Bücher, lieben sie. Aber für mich waren sie einfach nichts. Und welche das waren, das seht ihr jetzt. Alle drei Bücher muss ich euch einblenden. Zum Teil, weil ich eins davon als Hörbuch gehört habe. Zum Teil aber auch, weil sie wieder ausgezogen sind. Denn ihr wisst, Highlights bleiben nicht lange bei mir. Im Buchregal, ich habe nur eins. Und das soll nicht überfüllt aussehen, was es jetzt schon tut. Was aber eher am Sub liegt. Hier stehen eben nur Highlight gelesene Bücher. Und diese drei haben es da nicht hingeschafft. Und trotzdem waren sie wahnsinnig gehypt. Und viele Menschen lieben diese Bücher. Also muss ja irgendwas dran sein. Deswegen, vielleicht ist es ja trotzdem eine Inspiration für euch. Vielleicht aber auch nicht. Und das erste Buch ist von Ewald Ahrens, Alte Sorten. Das war im letzten Jahr ein riesiger Hype. Ganz, ganz viele mögen dieses Buch. Mögen den Autor. Und ich habe mir gedacht, ach, das klingt ganz gut. Sarah-Sophie hat davon so geschwärmt. Sie hat es, glaube ich, Lebenslese-Highlight genannt. Und ich bin der Meinung, Anja von den Bookfriends hat das auch gelesen und geliebt. Es hat mich sogar jemand auf die Idee, auf dieses Buch gebracht, den ich nicht durch Booktube kenne, sondern jemand Booktube-Fairness. Und da bin ich dann immer so an dem Punkt, wo ich denke, Mensch, also wenn das sogar Leute lieben, die nicht in dieser Booktube-Bubble sind, weil irgendwie fixt man sich ja dann schon oft mit ähnlichen Büchern an, dann muss das ja der Hammer sein. Also, naja, war es für mich halt leider nicht. Es geht hier um zwei Frauen aus zwei Generationen. Und ich habe die Namen schon wieder vergessen. Liz ist, glaube ich, die Ältere, die einen Hof bewirtschaftet. Sie hat auch Weinreben und Obstplantagen, alte Sorten. Hütet sie zum Beispiel und sie bewirtschaftet den Hof alleine. Und ich glaube, Sally heißt die junge Protagonistin, die aus einem, ja, aus einer Klinik, hatte ich so das Gefühl, ausbricht. Ja, ich glaube. Und bei Liz auf dem Hof landet und dann entspitzt sich eine Freundschaft. Beide haben so Geheimnisse, die ich jetzt nicht so überraschend und krass fand, als sie am Ende rauskommen. Ich fand das super langweilig. Ich fand das leider sehr langweilig. Also, was ich Ewald Ahrens zugutehalten muss, dass der Schreibstil wirklich toll ist. Ich fand den Schreibstil richtig schön. Ich habe es als Hörbuch gehört und da waren ganz viele tolle Passagen dabei, wo ich dachte, ach, das hätte ich mir jetzt markiert im Buch. Aber die Geschichte selber war so langweilig für mich. Ich habe ein paar Sachen über Landwirtschaft gelernt, was ganz interessant war. Aber im Großen und Ganzen, für mich plätscherte das total vor sich hin, nach dem ersten Aufeinandertreffen bis zum Ende langweilig. Also, es tut mir sehr leid. Das war einfach nicht meine Geschichte. Ich mochte auch Sally oder halt, wenn sie so heißt, die junge Protagonistin nicht. Die war super anstrengend, super nervig, super... Aber ich hatte auch... Ja, sie macht irgendwie eine Art Entwicklung durch, aber ich kam mit ihr nicht so klar. Liz war ganz interessant, aber auch da... Langweilig. Sorry. Dann bricht es mir selber fast das Herz, dass an dieser Stelle ein Buch von Anne Freitag genannt werden muss. Aber es ist auch kein typisches Buch von ihr, denn sie hat im letzten Jahr ihren ersten Thriller geschrieben. Es wird als Thriller verkauft, es ist aber ein Genre-Mix. Und ohne zu sagen, was das andere Genre ist, muss ich sagen, das ist der Part gewesen, der mir nicht gut gefallen hat. Ich weiß, das war ein Riesen-Hype, weil Anne Freitag eine grandiose Autorin ist. Ich liebe viele ihrer Bücher, aber sie schreibt ja eigentlich eher im Jugend-Roman-Bereich. Also, alle waren total hyped. Ich natürlich auch. Und der Anfang des Buches war richtig toll. Wir haben es im Oracle Read Buchclub gelesen und wir waren uns alle sehr einig. Der Anfang war spannend. Das war so ein Blockbuster-Gefühl. Es geht um Maya, heißt sie, glaube ich. Ihre Mutter ist Innensenator, Innenministerin, also auf jeden Fall ein hohes Tier in der Politik. Und es passiert ein Autounfall. Ihre Mutter gibt ihr am Ende noch, also sie stürzen in die Spree in Berlin. Und die Mutter sagt ihr, traue niemandem. Und dann beginnt so eine Jagd irgendwie. Und das fängt so spannend an. Und dann kommt eben dieser Genre-Mix. Und der hat für mich einfach nicht funktioniert. Der könnte funktionieren. Der hat uns auf jeden Fall total überrascht. Und mich auch. Aber das war dann einfach nicht gut genug vorstellbar. Es waren sehr viele absurde Szenen dabei. Dieses Buch ist dann auch in einem anderen Verlag erschienen. Ich glaube, es ist im Bold-Verlag, wo auch Verity und so erschienen ist. Ich habe das Gefühl, der Verlag macht so ganz crazy Sachen mit Autoren, Autorinnen, die sonst eigentlich was anderes schreiben. Ist interessant. Aber hat bei Anne Freitag aus schwarzem Wasser einfach nicht für mich funktioniert. Ich konnte mir dieses andere Genre, ich will das jetzt nicht nennen, weil das war schon eine coole Überraschung. Aber ich konnte mir das nicht gut vorstellen. Es war absurd geschrieben. Und ja, nee. Und das Ende war doof. Und das war einfach echt ein Flop. Und ich glaube, ich habe dem Ganzen zwei Sterne gegeben. Ewald Ahrens, alte Sorten, habe ich zwei Sterne gegeben. Und ich glaube, ich habe auch diesem Anne Freitag Buch zwei Sterne gegeben. Schau nochmal nach. Ja, zwei Sterne. Ja. Sorry, Anne Freitag. Das war nicht mein Buch. Aber ich weiß, viele fanden es grandios. Deswegen, maybe, es ist etwas für euch. Ist auf jeden Fall ein interessanter Genre-Mix. Und auch das dritte Buch in dieser Reihe, in diesem Video, hat nur zwei Sterne von mir bekommen. Und ich habe mir viel davon erhofft. Es war kein Booktube-Hype. Ich hatte aber das Gefühl, es ist ein Buchhandlungshype. Denn egal, wo ich war, dieses Buch war in den Aufstellern. Ich habe Werbung dafür gesehen. Ich habe, als ich in Leipzig ursprünglich zur Buchmesse, dann war es seit letzter Urlaub irgendwie in 2020, bevor dann im Sommer so ein bisschen wieder Urlaub möglich war, aber auch nur in Deutschland. Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall war ich da in einem Hotel. Und das wäre ja eigentlich Buchmesse gewesen. Aber auch da hing Werbung mit einem Gewinnspiel. Und dieses Buch hatte auf jeden Fall eine gute Marketingstrategie, muss ich sagen. Und zwar spreche ich von Karin Benedikt Das Grand Hotel. Und es ist auch der Beginn einer Reihe. Man kann das erste Buch aber auch lesen, ohne weiterlesen zu müssen. Ich weiß nicht, ob wann zwei schon erschienen ist. Das war ein riesen Hype. Und in Newslettern fällt mir ein, da habe ich das auch gesehen. Und ich fand das Cover so schön. Ich bin sehr lange drum herum geschlichen, weil ich keine neuen Bücher kaufen wollte. Und es ist mir so oft begegnet. Und dann habe ich das Schicksal entscheiden lassen. Und habe tatsächlich ein WC-Exemplar bekommen. Und habe es dann auch gelesen, als ich an der Ostsee, an der Küste war. Und das hat da sehr gut gepasst. Denn es spielt in Binz. Es geht einmal um Binz, um das Grand Hotel dort. Das, was auf dem Cover zu sehen ist. Ich muss euch das ja einblenden. Und ich habe das Buch nicht mehr. Zwei Sterne, wie gesagt. Das gibt es dort. Und es spielt in der Vergangenheit. Fragt mich jetzt nicht, wann das spielt. Aber es spielt halt nicht in der Jetztzeit. Und es geht auch um das Astor in Berlin. Denn der eine Sohn, der Besitzerin des Grand Hotels, hat das Astor. Und es geht um die Familie. Es geht um die Sachen, die bei dem Hotel passieren. Das ist eigentlich ein tolles Setting. Aber da hat mir der Schreibstil nicht gefallen. Ich fand ihn nicht interessant. Es war für mich sehr einfach geschrieben. Relativ plump. Ich bin den Charakteren nicht so nahe gekommen, wie das machbar gewesen wäre, wenn jemand anderes das geschrieben hätte. Aus dieser Idee hätte etwas Grandioses werden können. Ich mag solche Familiengeschichten eigentlich ganz gerne. Es spielt nicht in zwei Zeiten. Aber wenn ich das zum Beispiel mit dem Schreibstil von Lucinda Riley vergleiche. Oder Ellie Lark. Sally Lark. Sarah Lark. Sarah Lark. Ist ja auch ein Pseudonym. Aber diese Neuseeland-Saga zum Beispiel. Das ist irgendwie besser gewesen. Das hat mir in der Umsetzung gar nicht gefallen. Deswegen hat es auch nur zwei Sterne bekommen, das Grand Hotel. Ich weiß nicht, ob es noch jemand gelesen hat. Wie gesagt, auf Booktube war das jetzt nicht der Hype. Aber in den Buchhandlungen, und ich könnte mir vorstellen, dass viele zu dem Buch gegriffen haben. Weil, um das nochmal zu erwähnen, ist es wirklich wunderschön. Es hat ein sehr schönes Cover. Aber der Inhalt war einfach zu plump. Und irgendwann hat es mich auch nicht mehr interessiert. Ich habe nicht so gerne zum Buch gegriffen. Ich habe es weitergelesen, weil ich dann irgendwie manche Handlungsstränge wissen wollte, wie es ausgeht. Aber die Umsetzung, das war nicht meins. Obwohl, das ziemlich krass gehypt wurde. Jetzt würde mich natürlich absolut interessieren, welche gehypten Bücher. Und vielleicht Bücher, in dem Fall, die ich total mochte, ihr aber furchtbar fandet, die euch nicht gefallen haben. Wo ihr euch fragt, warum waren die so gehypt? Ich verstehe es einfach nicht. Würde mich riesig interessieren. Also lasst uns in den Austausch kommen. Unten in den Kommentaren. Legt los. Ja, ich bin sehr gespannt, welche Bücher bei euch gehypt wurden, die für euch den Hype aber nicht wert waren. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und tschüss.